Hallo Deutsche Bank, das ist Claudia Leiding. Ich arbeite bei der Deutschen Bank in Essen, das ist Hussein Kauser. Ich komme aus Syrien und lebe seit zwei Jahren in Deutschland mit meiner Familie und würde gerne nächstes Jahr eine Ausbildung anfangen als Bankkaufmann. Nee. Bauzeichner. Und wir haben viel Spaß zusammen. Ich bin Lydia, komme aus Frankfurt und arbeite bei der DBIS. In meiner Freizeit betreue ich mit viel Spaß syrische Flüchtlinge. Ich bin Abdi Nasir, ich komme aus Somalia, das ist meine Mentorin. Wir freuen uns immer total, wenn wir was zusammen unternehmen. Das ist eine tolle Sache. Das bedeutet uns sehr viel. Mein Name ist Vera Rubesut und das ist mein Mentee Somaya. Somaya ist eine ganz tolle junge Frau, die sehr engagiert und fleißig ist. Wir lachen viel zusammen und es hat sich eine ganz besondere Freundschaft entwickelt. Positiver Beitrag heißt für mich, mein Wissen und meine Erfahrungen weiterzugeben. Und das macht jede Menge Spaß. Und ich freue mich seit August einen Ausbildungsplatz als Elektroniker zu haben. Hallo, ich bin Katrina. Hallo, ich bin Sabi. Hallo, ich bin Ali. Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt. Wir haben uns viel über unsere Religion ausgetauscht. Wir haben viele Schwierigkeiten zusammen geschafft. Und den Rest schaffen wir auch. Wir sind Freundigan. Wir sind die